um die zwei trainen das wird sowas von nach hinten losgehen wir die anderen ja 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 komm geh weiter schneller komm schneller komm geh oh Gott ein kommentar ich bin so schlecht oh ja gesundheit lich komme ich danke dir gut gut hat vier zwei vertreten falsch lag eine weggeschossen jetzt aus der zweiten 2 schocken wird einfach nur jedes mal herum benutzt das ist bei vielen und gejahre dass man da nicht brocken kann habe ich nicht gesehen ist der kaputt bestellt worden dass man die gewisse sehen kann du musst du so einschalten also bei mir ist eindeutig viel klarer geworden was sagst du zu weh oder mir scheißegal auf gut deutsch das komplett lang durch ewig und dann noch besser auf nur die gelten so lust ich glaube alex die block jedoch ja gesagt lange aber hier können wir hier auch nicht mehr in mir drin als ein anderer ja wo man nur kommt sie durch gebraucht er ist aber angeschossen und ja ok einer ist ulo ja aber ist immer noch eine ulo ganz hinten durch am zug ist einer links 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 das war knapp da doch eine pistole darf verkaufen ja ich habe es wieder verstanden ich habe die bombe das macht es nicht besser und das macht es nicht besser ist nicht schlimm rechts von dir ich weiß die europäische denn ich bin doch das kippe hat sich das ist ich bin du auch Ne doch, er hat auch einen Headshot gehabt. 78 in 1. Zweimal, oder? Ne, einmal 80 in 1. Ich hab Bombe. Jetzt dürfte er kaufen. Ich mag aber nicht kaufen. Es gibt hier keinen von den Waffen. Achso. Ja, dann schreib doch die Entwickler an, dass die für dich schon eine Waffe wiederpatchen. Die einfach nur gerade ausschießen. Die gar kein Recall hat. Nimm die Negev. Ab dem siebten Schuss ist die einfach nur ein Strahl. Digga. A müsste clear sein. A müsste clear sein. Ach komm. Komm Leute, geht auf A. Holt einfach die Runde. Dirk legt die Bombe rechts. Komm legt die Bombe, Dirk. Dirk legt die Bombe. Dirk legt die Bombe. Ja, wo kann ich hier hinlegen? Ja, scroll. Bis du die Bombe hast. Und jetzt E. Hattest du sonst immer selbst gelegt. Nee. Hat er sonst immer selbst gelegt. Hat er noch nie gemacht. Doch, wenn ich eh Druck hatte, sind wir selbst gemacht. Ja, wenn du eine Bombe in der Hand hast, ja? Auch wenn du auf dem Spot bist, auch eine Bombe. Ja. Ist nicht wahr. Ach, Alter. Ich hab noch ne Leiter gehört, Mann. Ich hab ne Leiter gehört. Ja, das war Alex, der die Leiter untergegangen ist. Äh, Ronny, du stirbst da. Aber bleib ruhig sitzen. Du hast eh keine Chance mehr wegzulaufen. Ich wollte, ich hab das leider zum Spiel gesehen, dass du noch da sitzt, Ronny. Sorry. Das hätt ich dir früher schon gesagt. Der wollte ich dir anlassen, Mann. Nein, guck mal, der redet schon nicht mit mir. Der ist bestimmt sauer. Ja, der ärgert sich, dass er auch nicht die richtige Waffe für ihn im Spiel dabei ist. Der redet einfach nicht mehr. Red Bull, bist du's? Der muss grad mit seinen YouTube-Zuschauern sprechen. Oh, nee, du sprich grad die dritte Wand. Uff, tata, geh dich setzen, mein Freund. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Hey Sven, der ist close. Mann. Awe liegt da, Alex. Awe liegt da vor mir. Ach komm, zwei B, geht auf A. Ja, E drücken. Ja, ich brauch keine Awe. Ich hab Bombe, ich will die erstmal legen. A ist frei. Ja, ja, dann guck rechts, geh rechts, äh, Ronny. Rechts, rechts. Geradeaus, geradeaus. Ja, es ist einer. Da, hey, von rechts rein. Oh, Scheiße. Da siehst du, Ronny. Nicht gehen. Stehenbleiben, stehenbleiben. Ich treff doch. Hinter dir, hinter dir. Die Bombe. Echt? Dann lass ihn doch erstmal die Bombe nehmen, Sven. Dann ist er tot. Rechts. So, jetzt leg hier die Bombe. Ege. Genau. Tot. Ronny, beim Schießen musst du stehenbleiben. Also das ist das einzige Spiel, bei dem das so ist. Nee. Nee. Das ist bei jedem Spiel. Bei dem ist das auch so. Nur bei dem hier ist das undankbar. Man, du darfst nicht versuchen von der Leiter zu schießen. Und nicht beim Gehen. Und nicht beim Springen. Also am besten schießt du gar nicht. Doch, beim stehenbleiben. Warum machen das denn alle anderen? Guck mal. Es geht da so ein paar Tricks. Wenn ich jetzt seitwärts gehe, ne? Und dann kurz gegen einen Sitz in Richtung, werde ich ruckartig stehen. Ruckartig stehenbleiben heißt, ich überlebe den ganzen Scheiß. Okay. Oh, Junge, das war ja gerade ein richtiger Freestyle, Alter. Hopp, hopp, hopp. Schönes Ding. Schönes Ding. Einer am Zug, genau. Ah, den Gott. Down, Digi. Down, Digi. I planted, Ding. Wo sei der? Das ist unsere Wunde, Alter. Ist A geplantet? Woher bist du das, Kai? Einer kommt von B. Na, die gehen saven. Also der geht saven. Oder auch nicht. Äh. Okay. Was jetzt? Ah, ja, du warst zu nah dran, Dirk. Oh, Mann, ey. Wenn's schnell anfängt zu biepen, also nicht schon. Bieb, 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 bieb. Und ich war schon beim Startpunkt und ich hab noch Schaden gekriegt. Du warst genau... Du warst genau... Du warst genau... Springpilz zu hören, mein Freund. Und... Jongade. Hey, man.. Sai! Legendär. Klick nicht shit. Blenden. Ach, ich hab die Bombe. Blenden. Blenden. Wieso liegen hier zwei in meiner Ecke? Das ist meine Ecke. Das ist eine Unverschämtheit, dass die hier liegen, ne? Ja, das ist eine Unverschämtheit. Wer hat die hier hingelegt? Safe der, was? Anscheinend safe der. Diesmal bleib ich hier stehen. Aber krieg ich trotzdem Schaden? Wie weit muss man weg sein, dass man keinen Schaden kriegt? Ist ja irre. Der muss aus dem Spiel rausgehen. Der muss aus dem Spiel rausgehen. Hast du auf dem Witzbuch geschlafen, Dirk? Was geht? Sekunde, ernsthaft. Ich glaube, das klingt so ein bisschen ein Herzinfarkt. So, wir sind jetzt ein paar Mal auf A gegangen. Jetzt gehen wir einfach mal B, wegen der Abwechslung. Weil damit rechnen die jetzt nicht. Wo kommt schon mal einer? Was hast du für eine Waffe, Alex? Ne Awe. Hol sie dir. Ah, Vorsicht, ich hab keine Ahnung, woher die Versiegel sind. Ah, Mann! Steht der mit der Waffe in meine Richtung? Ronny, wir hatten B. Ah, visa safe. Ja, ich war doch schon bei B. Ich hab's außerdem nicht mitgekriegt. Entschuldigung. Du machst uns das Leben schwer, Ronny. Du willst gar kein Spiel mal gewinnen, ne? Ne. Der will, dass ich Gold gedownringt werde, Mann. Dass Alex bald höher sitzt von mir als ich. Das will der. Das ist nicht schwer, Kai. Wow! Der war mal gut. Das war der erste gute Schuss. Im ganzen Spiel. Von Kai. Das gibt's nicht, ey. Wo hat der? Was war das Ding? Der war oben. Der ist oben. Der ist oben. Kommt genau da gerade aus. Genau da, da, wo meine Leiche liegt. Der saß unten, saß der, aber der wird sicher nicht mehr da sitzen. Nein, der ist oben gewesen. Der hat mich da nämlich erschossen. 23 habe ich, ne? 21. Hm, wo ist die Bombe? Unten. Ist runtergefallen? Okay. Da unten, ja. Oh, kurischer Fall. 6 Sekunden, du schaffst dich mit, dass ich brenne. Ach, Digga. Ja, der ist weg. Also, also, die Runde, hätten wir nicht verlieren müssen. Ronnys Schuld. Einfach Ronnys Schuld. Hätten wir nicht verlieren müssen. Wo lauft er hin? Ich habe doch gesagt, ich gehe auf B. Ich habe klar und deutlich gesagt, ich gehe auf B. Ich habe die Bombe. Ich gehe auf B. Wo ist das Rest des Teams, wenn ich sage, ich gehe auf B? Hey, ist doch nicht meine Schuld, wenn das Team da nicht sich dann errichtet, oder? War auf Zug. Sven, du blockierst uns gerade alle. Hey, ihr könnt alle dann vorbeigehen. Nö. Können wir nicht. Ach, oben im Fenster, Mann. Wer geht denn da hoch? No hands. Ah, fuck. Ja, ich war geblendet. Ach, komm. Jetzt sind euch alle vorbeigelaufen. Nee, der sitzt da oben im Fenster. Boah, ey. Ich dachte, der würde mich noch nicht da sehen. Ich war geblendet. Ich konnte nichts sehen. Nee, wegen dir habe ich gar nicht geredet. Ja, also. Super. Der hängt aber da schön mal. Alter, aber Stromkasten. Oben auf dem Zug. Oben auf dem Zug. Genau, vor dir. Links. Und oben auf dem Zug. Oh nein. Bitte links. Boah. Ah, schade. Also hat es zwei Versuche. Die hätten eigentlich beide... Der Erste hätte auf jeden Fall sitzen müssen. Ja. Hätte müssen... War aber nun mal nicht. Hätte müssen Fahrradkette. Ich finde es erschloch, dass wir trotzdem drei Runden haben. Ich sage, es läuft immer besser, aber... Wir hätten auch schon vier oder fünf haben können. Aber ist egal. Komm, wir steigern uns. Ole, ole. Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Wieso? Nach AWP. Wer war gerade hinter mir? Hat geschossen? Ich. Ich habe dich nicht getroffen. Nein, nein. Der wäre eigentlich rausgekommen, dann hätte er einen Kopf rausgehabt. Der stand mitten im Gang, Dirk. AWP, Ivy, Z-Gang einer. Grund ist weg. Meine Fresse. Lass mal B gehen. B90, B-Wash. Komm wirklich B90. Bringt ihr nichts, Tigger. Doch, doch. Finale, Spielbar, springt immer was. Wir laufen einfach, ich tue, hintereinander da lang. Ja, immer der. Ach komm. Ihr wisst es. Unten, Claude. Ah, fuck. Sitzt der da oben? Aaaaaaah. Hauptsache, der hat schon geschossen, der Hurensohn. Digga, wer ist er denn, Mann? Der liegt oben auf dem... Hinter der Kopf. Nee, von gerade aus war es. Hättest du nur die Bombe genommen, wäre weggelaufen. Ja, hättest du mir die Beine in die Hand genommen. Ja, ich habe versucht, die Sniper zu nehmen. Hast du ehrlich gesagt, du versuchst, die Sniper zu nehmen? Ehh. Ach ja. Nächstes Mal ist die Bombe, läufst und schreif ganz laut. Allah Akbar! Ha ha! Leck mich doch am Arsch. Der steht links. Genau da. Digga, das ist doch nicht. Ach komm, der AWP. Ich habe doch gesagt, der steht links. Der steht auf so einer Türe, Alter. Unbedingt on-spot, ne, Alex? Wo seid ihr gerade? Ich weiß nicht, wo Alex es machte. Ich kann mal gucken. Alex ist bei A. Alex ist tot. Alex war bei A, Mainz. Mhm. Da wo Bombe ist. Und da sind zwei. Einer wartet mit einer A und der anderen mit einer K. Einer ist rechts, einer ist links. Wo war denn die A.B.? Ja, der war schon tot. Nein! Oben, aber das ist die, die dich gekillt hat. Harkon. So, ich habe die Bombe. Du entscheidest, wo es hingeht. Dann lass uns A machen, aber langen Weg. Ivy. Ja, gut, du sagst, jetzt bin ich wohl gerade sagen, A ist gelänkig A. Nee, A, langer Weg. Der bleibt da einfach wieder stehen, doch. Nicht statten, ja, komm, statten doch komplett rein. Hoffentlich kriegst du jetzt auf die Fresse. Nee, gar nichts. Ich glaube, nur Awe. Ich glaube, das habe ich. Frei. Vorsicht, bei uns am Transport. Ach, Digga, da kommt der doch aus der Türe da raus. B, von hinten kommt einer über Ivy. Letzte, ne? Letzte, ne? Letzte, äh, im CT-Spawn. Nee, Alex, da lang, genau. Da, geradeaus vor dir ist er jetzt. Er hat ne Awe gehabt, aber hast du auch. Ja, natürlich. Ja, sorry, du Model, dass ich... Ich hab Bombe. ...bischt ein Mäßig und gerafftet, dass du ne Awe hast. Sag, wohin, Paul. Du sagst, jetzt, wohin du willst. Nach Hause. Ja, mehr einer. Na raus, du sitzt doch zu Hause. Droppen, du warst droppen. Willst du ne Awe haben? Ich hoffe, ihr nehmt auch mal den langen Weg. Ey, ich hab wieder. Ja, klar. Aber nicht steppen, ne? Doch, dann bleib doch. Nimm doch mal bitte das Messer in die Hand. Ja, steppst du schneller, oder was? Da steppt der Bär, Junge. Da steppt der Bär. Ich hab Bombe, geht vor. Los, Lev. Läuft alle hin. Euer Vater haben 50 Elefantenschritte gemacht. Ach, Digger, ich stepp ihn wieder. Ach, komm. Oh Gott, der macht nen Ace. 10 lässt er sich schmecken, den Ace. Der Rest schreibt einen, den hat ich eigentlich weggeholzt. Hätte mir nicht nichts. Alex, aimt die Fliesen nach. Der hat mich weggeacet. Da war noch einer. Der hat mir ne Latte gemacht. Als alter Stuckateur, muss Alex sich natürlich die Außenfassade angucken. Der hat eine Bombe nicht. Hat er ne Latte Macchiato gehabt? Und Alex, hat der Stuckateur gut gearbeitet? Wie konntest du auf Stuckateur überhaupt? Der war in der Schatten. Du hast 5 Stunden die Wand angeguckt, wenn deine Mates gestorben sind. Nein, ich hab hinter euch abgesaved, du doof. Ach so. Aus der Wand ist keiner gekommen, oder? Wo müssen wir hin? Ich bin hinter Alex. 5 gegen da lang, 10 lehnen da lang. Ich geh. Einer ist bei mir. Wo ist es bei dir? Oben im langen Gang. Okay, hier ist keiner. Und der tötet mich jetzt, weil ich nicht... Boah, jetzt bleibt der Typ stehen, ey. Krieg ich die Krätze, ey. Noch einer, Leatherboom. Fuck. Fuck. Noch einer, Leatherboom. Bei B liegt die Bombe. Okay. Sieht aus wie A. Die sauer B. Bei A liegt die Bombe. Ja, Entschuldigung, man kann sich ja mal vertun. Ach so. Moin. Der Leatherboom war auch... Der Leatherboom müsste ich mehr. Oh, ich hab wieder den Smoke. Ärgerlich. Ist es vorbei? Nein, ist es nicht. Schade. Ich hab wieder, es wäre vorbei. Alles vorbei. Sie ist im Juni-Mode. Letzterohne kaufen, was geht. Wirrisch. Alex, ich bin bei dir. Alles klar. Arfe geradeaus. Ah, schon wieder dieses Scheiß-Rauch. Oben auf dem Zug bei dir geht. Direkt oben drüber. Vorsicht, rechts ist einer. Ja. Okay. Hinten Ivy ist einer. Hinter mir ist einer. Ivy, Ivy. City, Leute. Ja, Ivy, der geht in Richtung City. Hier ging ja. Also, eigentlich links von mir. Ja, 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 ja. Ach so, du hörst ihn ja. Ne, höre ich nicht. Ich sag dir ja links. Aber ja, guck mal, rechts. Weil klar, dass er links geht und genau in die Ecke reinnimmt. Das ist das Erste, was er macht. Der checkt nicht den ganzen Spot, der aimt genau in die Ecke. Da kann ich dir auch schon direkt sagen, was der Typ alles anhat. Boah. Ich bin letzter. Aber mit drei gilt. Und beim meisten Geld. Das bringt dir was. Ich geh A. Ich bleib stehen. Ich grill. Ich schieb mal wieder. Einer kommt A über, ähm, ja, wie das heißen soll. Wie? Ich verstehe das gar nicht, wie das geht mit einem Schuss. Und wenn er irgendwo rumhüpft, dann gibt er mir Headshots dran. Er hat an. Fuck you, ey. Ja, das ist ein Witz. Da. Ach, komm. Yo. Er muss fast tot sein da oben. Ja, schade. Schade, schade, schade. Machst du nix? Die erste Konferenz, was siehst an, meiner Meinung nach. Die Meinung hab ich auch. Er ist noch nix kauft. Waffe. Nur ne, nur ne Pistole. Die hat man doch automatisch. Ja, aber es gibt auch bessere Pistolen. Igel. Eis auf den Egel. Was hab ich jetzt für, für Lacks, Mann. 62er Ping. Ja, gut, moin. Aber wenn man renne, ich manchmal will ich stehen. Ja. Reicht für n Headshot. Hallo, gehst du da hoch? Gehst du jetzt gefälligst da hoch? Okay, einer Half-Life. Ja, Digger. Schönen Tag. Scheiße, einer kommt auf B. Langer Weg. Ja, da kommt er. Yo. Yo? Was für yo? Das ist auf jeden Fall jetzt die Runde CSGO für heute. Immer so schnell aufgibst. Ja, Digger, wir spielen jetzt schon seit vier Stunden. Ich hab kein Bock mehr auf das Spiel. Immer so schnell aufgibst. Hat nichts mehr aufgeben zu tun. Ich hab einfach kein Bock mehr. Einer rusht wieder. Vorsicht, Geld. Scheiße, hinterm Wagen ist er. Okay. Ach, halt's Maul, ey. Da die scheiß Ecke ab, Mann. Ja, der ist weg. Was macht der da? Wir alles wissen. Ja. Hey, weh. Ne, oben. Was ja gecoilt. Der dribbelt dich. Wär das ein Ace gewesen? Das wär ein Ace gewesen. Aber scheißegal, ich hätt die Bombe eh nicht geschafft. Zum dritten Mal schon, Sven. Nur weil die AK leer war. Wär die AK nicht leer gewesen. Dann hättest du sie gepumst. Hättest du dich nachgegangen können? Ja, das hätt aber zusammengedauert. Ich mein, wegen der Zeit. Die Bombe war ja schon voll, äh, am Flamen. Guck, Schimera, von hier kommt immer einer. Pass gut auf. Vorsicht, der könnte, der blendet. B ist einer drauf. Yo, jetzt von der Seite. Vorsicht, links von dir ist auch einer ganz hinten mit einer Aabe. Ach, Digga. Er geht rauf und geht wieder zurück. Das ist so ein Witz. Den hast du schon geholt, Schimera. Da ist noch einer der. Nein, nein, da kommt keiner mehr. Die Meere, da hörst du ein, wie meine Oma, die versucht, Englisch zu sprechen. Zumindest kam die ganze Zeit von da nur einer. Den hat der auch weggeholt, Sven. Da brauchst du eher nicht zu aimen. Soll ich mal Richtung B gehen? Die Bombe liegt bei uns. Die Bombe liegt hier, bleib stehen. Guck, dass du die Bombe schützt. Bisschen offensichtlich, aber okay. Naja, dürfen wir es gerne umfassiert, Triller. Ach komm, er weiß es halt einfach. Ne, der wusste es nicht, der hat geraten. Der rennt schon die ganze Zeit überlegen. Links rüber ist der. Angriff ist die beste Verteidigung. Für auf B hatte keine Zeit. Der muss da kommen irgendwo. Am besten links, Sven. Geht nicht. Links. Schade. Ja, sorry. Direkt zwei Leute, die das Reflexe sagen, geht nicht. So, ich bin sehr, sehr, sehr so weit seit zwei Tagen. Sorry, ich wusste es nicht. Besser halt, du wärst ja ein richtiger Clown, oder? Ja, ich hab vor, ich bin da lustig, hier Bums. So, Kimera, den schaff mal jetzt, aber. Wird wahrscheinlich B, oder A, oder? Oder Laser Room. Oder, 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 oder. Laser Room. Aber, ich kriege ihn im Walken. Hat mich zwei geradeaus. Aber der ist getroffen, der muss ein oder zwei Schuhe in den Kopf fahren. Du brauchst dich zu callen. Ich hab doch wirklich zwei geradeaus, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ronny? Ja. Nee. Sag, wohin? Sag nicht, nee. Los! Einfach irgendwo. Ach, hier bin ich schon wieder. Da ist noch einer. Ich hab ihn gesehen. Wie viele gibt's noch? Einen. Noch zwei. Fuck. Ach, hier zwei. Recht vor dir jetzt. Bums, weg. Recht vor dir jetzt. Hm, 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 hm. Yay, Rang 4. Ole, ole. Nee. Wim? Ja. Komm runter zu mir, Mensch, Mann. Komm runter zu mir. Ja, ich riese, ich riese schon. Komm runter zu mir. Ich riese schon. Auf MG2 ist man viel cooler. Komm runter zu mir, Sme. Ich will die Genugtuung sehen. Nö. Witz.